In diesem Video werden wir uns als Abi-Grundlage eine sehr schnelle und einfache Methode anschauen, wie man Bruchgleichung vereinfachen kann. Alle Grundlagenvideos findet ihr in einer Playlist im Abspann. Die Playlist war im Vorschlag, mehrere Abiturienten bzw. Studenten diesen Kanal benutzen und wird ständig aktualisiert. Stellt euch vor, ihr habt eine Bruchgleichung dieser Art. A durch B ist gleich C durch D. Wobei A, B, C und D können natürlich auch für komplexere oder größere Terme stehen. Das Problem bei dieser Bruchgleichung sind natürlich die Brüche. Und zwar, die müssen verschwinden, damit man nach der unbekannten Umformung kann. Bereits in der 5. und 6. Klasse lernt man schrittweise sehr mühsam, diese Brüche zu eliminieren, indem man einfach mit diesem Nenner nacheinander durchmultipliziert. Allerdings geht es noch schneller. Um die Brüche hier aufzulösen, muss man einfach nur die gegenüberliegenden Terme miteinander multiplizieren. Das bedeutet, A mal D ergibt das gleiche wie B mal C. Und damit sind die Brüche verschwunden und man kann nach der unbekannten auflösen. Egal, ob die unbekannte an dieser Stelle A, B, C oder D ist. Und wenn die Terme nicht so komplex sind, kann man das Ganze auch noch weiter treiben und noch effizienter machen. Also, bei dieser Bruchgleichung stellt euch vor, D ist eure unbekannte. Das bedeutet, A, B und C wären gegebenen Zahlen. Und ihr wollt sofort das Ergebnis für D haben, ohne große Umformungen bzw. ohne Zeitverschwendung. Ihr könnt dann einfach einen Bruch bilden und in der Anfangsgleichung schauen, welche Zahl gegenüber von der unbekannten steht. Das wird natürlich in diesem Fall A. Diese Zahl trägt ihr immer bei diesem Bruch unter dem Nenner ein. Und dann multipliziert ihr im Zähler die anderen zwei Zahlen, die sich gegenüberstehen. Das bedeutet in diesem Fall B mal C. Damit seid ihr schon fertig. Ihr tut ja nur die Ergebnisse zusammenfassen. Damit habt ihr ein Ergebnis für D. Und natürlich funktioniert diese Taktik, egal welche der vier Buchstaben hier die unbekannte in dieser Anfangsgleichung ist. Da Theorie eine Baustelle ist und Anwendung eine andere, schauen wir uns zum Schluss noch zwei kurze Beispiele an. Ich habe an dieser Stelle eine ein bisschen komplexere Bruchgleichung ausgewählt, und wie wir gerade gesehen haben, können wir so eine Art von Gleichung nach diesem Prinzip direkt auflösen. Das versuchen wir auch hier anzuwenden. Das heißt, erstmal nehmen wir die zwei Themen, die sich hier gegenüberstehen und multiplizieren sie miteinander. Und das ergibt das Gleiche, als würden wir die zwei Themen ebenfalls miteinander multiplizieren. Damit werden die Brüche verschwunden und wir können dann die Klammer auflösen, alles auf eine Seite bringen, zusammenfassen und am Ende müsste man hier an dieser Stelle die ABC- oder Bieternachsformel anwenden, um die Gleichung zu lösen. Das werde ich jetzt natürlich nicht machen, weil das ist nicht der Sinn und Zweck dieses Tutorials. Und auch den zweiten Ansatz wollen wir uns jetzt anhand eines kurzen Beispiels nochmal anschauen. Also, wir haben diese Bruchgleichung, diese sehr einfache Bruchgleichung, wobei X natürlich unten rechts die Unbekannte ist. Und wir haben ja vorher gesehen, so eine Art Gleichung kann man nach folgendem Prinzip umformen. Das versuchen wir auch hier anzuwenden. Also, wie bereits gesagt, X ist die Unbekannte. Und da wir X bestimmen wollen, bilden wir einen Bruch. Jetzt kreuzquer gegenüber von X steht die 2, deshalb kommen sie im Nenner unter dem Bruchstrich. Und die anderen zwei Zahlen, 7 und 4, werden in oberen Zählen miteinander multipliziert. Entsprechend ergibt das 28 Halbe, entsprechend gekürzt ergibt das 14. Und damit ist die Sache schon erledigt. Dieser Lösungsschema, was wir uns gerade angeschaut haben, ist mathematisch gesehen ein mächtiges Hilfsmittel. Ich habe das Ganze jetzt auf Bruchgleichung projiziert, weil man es auf dem Abi-Niveau meistens auf dieser Weise braucht. Allerdings will ich an dieser Stelle noch andere Anwendungsgebiete kurz erwähnen, wo dieses Schema wahrscheinlich sehr hilfreich wäre. Mit zum Beispiel, klar, Bruchgleichung, aber auch Ungleichungen. Dann Dreisatz- bzw. proportionale Zuordnungen. Strahlensätze in Bezug auf das Berechnen von Verhältnissen, aber auch beim Umformen von physikalischen Formeln. Und wenn ihr eventuell Vorschläge für weitere kurze Grundlagenvideos habt, schreibt es einfach unter dem Video in den Kommentaren. Um zum Schluss noch 20 Sekunden Zeit für einen relativ schlechten mathematischen Witz. Und zwar, was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Ich verrate es euch. Damit hat er nicht gerechnet.